Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo bzw. ein Neuerungsvideo auf meinem Kanal. Ich bin der Broken 10 und wie ihr sehen könnt, es gibt ein neues Intro und noch vieles mehr, steht wahrscheinlich auf dem Titel. Zwar hat mir der Kanal The Fighters wieder unglaublich viel Arbeit, wieder sehr viele neue Sachen gemacht. Einmal Profilbild, Kanalbanner, genau das gleiche bei Twitch, haben wir das gleiche hier auch. Einmal Profilbild, ein Kanalbanner, auch ein Offline-Banner ist dabei. Ja, genauso wie zwei neue Intros, die werdet ihr gleich sehen. Und einmal Overlays, nämlich, ich zeige es euch mal ganz kurz, ihr habt allerdings einen schwarzen Bildschirm, ihr seht nur jetzt die Overlay, einzelnen Teile, wie ihr jetzt seht hier. Einmal Broken 10, das als sozusagen Übersicht mit Twitch und Facebook, habe ich zwar nicht, aber kommt noch in der nächsten Zeit, eventuell. Dann haben wir einmal den Follower hier, das seht ihr an der Seite, da steht ja auch beastly irgendwas. Ich kann das jetzt nicht lesen, weil ich es sehr klein habe, OBS. Ich ziehe das noch ein bisschen so. Ja, genau, das ist so, womit man sieht, wer es letztes gefollowed hat. Genau, so, dann zeige ich euch nochmal hier. Bitte einmal wieder den Abo-Button drücken. Diese Jungs sind wirklich einfach fantastisch. Ihr seht's, Broken 10, 100 Abonnenten, ein Upgrade-Paket. Und ich würde sagen, ich hoffe, ich darf das Video zeigen. Ja, ich werde es einfach anklicken und ihr könnt es euch gönnen. Oh, 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 oh. Hey, I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them. But I hope I never see them again. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wirklich vielen, 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 vielen Dank für das neue Upgrade-Paket, 100 Abonnenten-Upgrade-Paket von mir. Vielen, 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 vielen Dank und jetzt kommt ihr dran. Ihr schreibt mir bitte eure Meinung ganz unten in die Kommentare, wie ihr das findet, die Sachen, die einzelnen Sachen und ja, morgen geht dann das Video normal los, morgen geht dann auch nur mit einem neuen Intro und alles. Eventuell gibt es heute Abend noch einen kleinen Livestream, eventuell, vielleicht aber eher, das wird aber eher ein bisschen später stattfinden. Genau, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst bei mir einen Daumen da und lasst unbedingt bei The Fighters einen Daumen da. Die haben das nämlich alles produziert, denen habe ich das alles zu verdanken. Vielen, 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 vielen Dank und ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag und tschüss.